Hallo Leute, ich bin's wieder Ronald. Ich restauriere eine alte Schwalbe von 1978 und in den ersten zwei Teilen ging es darum, dass sie sich teilweise zerlegt hat und auch schon teilweise regeneriert. In dieser Folge sollte es darum gehen, dass sie sich langsam wieder lackiert. Das ist auf jeden Fall spannend, bleibt gerne dran und viel Spaß! Musik 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 Amen. 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 Amen.